Was? Channel ist online? Ja, natürlich ist der Channel online. So, haben wir hier eigentlich eine Level 5 Karte. Okay, das ist blöd. Welches Level haben die hier? Level 13, okay. Also hier geht's noch. Ich glaube, alles andere würde Tentamon auch extreme Probleme machen. Nichtsdestotrotz werden wir... Level 99. Okay, hier weiss ich greifen wieder an. Aber den schaffst du. Los, komm. Mach ihn platt. Hoffe ich. Ah, siehste. Und zwar ist das so ein Egenthase. Datascannen ist erlobt. Das heißt, ich glaube wir müssen das scannen. So, Leakmonster kann er ja ruhig auch mal angreifen. Und dann gehen wir aber Richtung 2. Abteil. Also... Wartet. Es gibt hier mehrere Durchgänge. Die kommen von hier. Könnten nach da gehen. Aber wir gehen nochmal woanders hin. So, nochmal ein paar Scan-Eier mitnehmen. Ja, dazu machen wir das. Und dann... Hier ist nämlich noch ein Weg. Der wird glaube ich so gar nicht eingezeichnet. Doch, da oben. Hier aber auf der Karte nicht. Und... ja. Da müssen wir einfach mal den da anquatschen. Den Cerberus of Hell. Also Cerberus der Hülle. Und der Aria West. So, und so schnell kannst du da rein gehen. Los, lad schneller. Mach hin. Mach Hip Hop. Top. So, und dann... sind wir auch schon so gut wie... Na, da. Ups, wo willst du denn hin? So. So, Pumpkinmon ist Level 40. Ich mach hier mal das Einziges Vernünftige. Am besten bevor ein Kampf beginnt. So. Wemon 42. Padamon. Okay. So, und hier seht schon, jetzt hat sich die Farbe geändert. Einfach weil Gabumon schon so hoch ist. Hatte ich nicht mal was zum Reiten gehabt? Ich weiß das gar nicht. Und selbst wenn, ist das glaube ich nur so ein Einmal-Item. Right-Click. Guck mal, da haben wir noch was zum Scannen. Ist ja geil. So, die Lieder greifen uns an? Fragezeichen. Ja. Dann, äh, wollen wir mal Gabumon. Mach mal zu. So, und während Gabumon sich jetzt darum kümmert, schiebe ich hier mal meine Fenster wieder hoch. Ne, hat nichts verhindern lassen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Auch noch. Ach, nochmal eine Digi-Aura. Alles klar. So. Ist mir egal. Rennen wir uns doch hinterher. Wo musste ich denn hier nochmal hin? Halt, da. Ja, wir laufen gerade richtig. Das ist sehr schön. Und zwar Dark Tower Orisland. Westerland. Äh, Westerland. So. Da müssen wir hin. Da laufen wir jetzt hin. Und, äh, ja. Nichts kann uns aufhalten, außer vielleicht ein falscher Weg? Fragezeichen. Ne, ich glaube hier sind wir richtig. So, nebenbei können wir ja mal gucken, was haben wir hier noch Schönes. Und das sind Ticket to Miracle Ring. Scanable Digi-Aura. Okay, dann müssen wir mal gucken, äh, wo waren das jetzt da? If you scan a ticket, it can be an obtain ticket to Miracle Ring. Level 2. Prophecy. Actions. Äh, äh. Dauer MPC. Magnamon. Datacenter. Okay. Also, ich habe es nicht verstanden. Nur okay, weil ich jetzt weiß, ah, da müssen wir hin. Also. Ja. Um das denn zu empacken. Äh, wenn wir es empackt haben. So rum. So, ja. Also. Das ist eher so ein Spiel für geduldige Leute, würde ich sagen. Oder große Digimon-Fans. Oder allgemein-Fans. Es macht ja eigentlich auch Spaß. Also. So ist ja nicht. Hier haben wir jetzt noch ein paar Teleporter. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr, sind das. Sind also nur Teleporter, okay. Okay. Was ist das? Ach, das ist eine andere Digi-Aura. Okay. Und das. Ah, Reset-Capsel. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt mal digitieren würden. So, guckt hin. Okay. Wir sind jetzt, äh. Äh. Ne. Taiga-Rubenon. Meine Aura hat abgenommen. Aber sie ist noch vollständig da. Und jetzt kommt, genau. Der Digimon-Kaiser. Ja. Und sagt uns natürlich, dass wir hier absolut, ja, gar keine Digitation aufrechterhalten können. Und sobald wir durch sind. Ähm. 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 Äh. Äh. Nimmt das schon seinen Lauf. Hier kann man übrigens dann auch leveln. Bis zum bestimmten Level halt. Und dann ist schick. Und hier gibt's dann auch die Wormoneier. Ja. So. Aber. Wir jumpen gleich zurück. Und dann würde ich sagen. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube das ist. Wisst ihr was das ist? Wisst ihr was das ist? Scheiß mal auf geht. Wir können doch noch in die Stadt des Anfangs. Yeah. Ha. Nix mit 20 Meter weiter. Ich hab zwar keinen Teleport mehr. Aber auch egal. Also. Dorthin hab ich keinen mehr. Wir kommen im Stadt. Äh. Ja. An der Stadt des ewigen Anfangs. So. Und. Äh. Ihr seht ihr auch schon einige andere Digimon. Es ist zwar nicht der Serie original getreu. Naja. So ein bisschen. So. Wir haben hier nur zwei Durchgänge. Einmal. D.A.T.S. Das wäre hier quasi wieder am Bahnhof. Oder aber. Weiter auf die Insel voran zu schreiten. Aber ich denke mal. Wir laufen hier zum Teil noch über die Brücke rüber. Einfach weil wir es können. Leider kann man hier nicht durch die Gegend springen. Aber dann. Was soll's. So. Und die Sachen hier habe ich eigentlich nur gerne im Überblick. Damit ich halt schnell wenn nötig agieren kann. Zweckseilung und so weiter. Oh. Tausend Prozent mehr Erfahrungspunkte. Also das ist echt der Hammer. War das jetzt übrigens mal ein Event dabei. Oder habe ich es mir mal vor längerer Zeit irgendwann gekauft. Ich weiß es nicht. Also. Hm. Na gut. So. Noch schneller. Dann gucken wir hier noch mal schnell auf die Insel. Da sitzt übrigens ein Teil. Und der hat sogar einen Mini-Devimon. Zumal an. Ja. So einfach kann's gehen. Wenn ihr euch über den Namen Tonic übrigens schon die ganze Zeit bemerkt oder fragt. Das ist hauptsächlich auch ein Name, den ich im Online-Spielen benutzt habe. Und Sarias hat sich einfach nur aus einem anderen Usernamen und meinem realen Namen durch irgendwelchen Verstrickungen halt zu Sarias ergeben. So. Jetzt ist das aber auch egal. Was ist dann das Glas hier? Snow? Achso. Das ist die Schneewelt. Okay. Da wollen wir... Wir nehmen einfach mal das hier und sagen ins Start Center. Yes. Denn da hatten wir ja noch das eine oder andere zu tun. Beziehungsweise wollten wir doch irgendwas tun. Und zwar das mysteriöse... Mysteriöse... Kriegsei... Wollten wir auf jeden Fall uns nochmal abgucken. Was denn nun da jetzt so drin ist. Oh, ein Imperialdramon. Und da waren gerade ein Galantmon. Mit Grani. Ja. So einfach kann das gehen. So. Ich könnte euch ja natürlich auch jeden anderen Digimon von mir zeigen. So. Was ist das hier jetzt eigentlich? Okay. Die Reihe haben wir. Stimmt. Da könnte... Ach. Dann kann er hier auch runter. Pass auf. Das war mein erstes Digimon, was ich mir hier auf den Server so erkämpft hatte. Dann rollen wir mal hier runter. Das habe ich natürlich auch. Ja. Ist jetzt zwar nicht so viel. Ich habe auch einen Phönixmon. Ja. Jetzt ist das natürlich gut, dass wir hier nachgucken können. Was man denn schon so hat. Ja. Also wie ihr seht, es gibt schon einige Digimon, die man dann kriegen kann. Und ja. Das kann man jetzt auch mal machen. Wir wechseln mal unseren kleinen Freund Patamon aus. Und digitieren mal. Den habe ich noch nicht wirklich, den Seraphimon hier. Aber mein Patamon hat die Lizenz, sich so hoch zu digitieren. Wenn ich dann das passende E-Team dazu hätte, glaube ich. Nein. Mir fehlt eigentlich nur noch das Level, wenn ich das hier richtig sehe. Gut. Also mit Level 41 könnte ich das dann soweit digitieren lassen. Da natürlich ein schönes Imperialdramon. So. Was haben wir noch? Noch zeigen könnte ich euch. Was? Das hat fünf Sterne. Einen Stern wäre es wahrscheinlich. Fünf Sterne hat es so rum. Oh ja. Also. Von daher. Da gibt es auf jeden Fall schon eine Menge Digimon. Okay. Das. Ähm. Zug. Hier. Mann. Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Etwas war das hier. Ah. Da kann man... Ne. Kann man nicht. Ich dachte, da kann man jetzt einfach alle sortieren. Hä? Wenach ist denn das jetzt sortiert? Mensch, Characters of the Adventure. Ähm. So. Oh süß. Instant Red. Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Okay. Ähm. Ja. Ich denke mal. Durchschnittslevel. Insgesamt. Hm. Ja. Ja. Gut. So. Auf jeden Fall. Wir wollten ja noch uns um diese kleinen Eier hier. Nein. Nicht hier. Wir wollten uns ja hier um das kleine Ei noch kümmern. Ja. Wow. Was zum... Evolutionslot. Was? 100%? Raid? Reliability? Was soll denn das sein? Ähm. Die Evol... Ich weiß nicht. Ach übrigens. Da. Da laufen sie mit hin. Ach wie immer der so heißt. Ich hab's vergessen. Beast Mode von... Ja. Der vierten Staffel rum. War das die vierte? Ja. So. Ähm. Von Agonimon. Geh noch mal der Beast Mode. So. Wir wollten jetzt außerdem noch... Was ist das hier? Ähm. Random. Midi Class. Na. Ich vergesse hier immer, dass man mit links klicken muss. Okay. Und los. Klick mal. Was? Müssen wir mehr Platz haben? Wof gar nicht. Dann müssen wir natürlich erstmal Platz machen. So. Ich hoffe mal, dass wir das hier sortiert bekommen. Und etwas übersichtlicher hinkriegen. So. Dann würde ich sagen. Ähm. Das hier kann... Ja. Ist aufgebraucht. Kann... Weg. Effekte... Blablabla. Premium. Ja. Whisperable. Blablabla. 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 Okay. Wir können es scheinbar nicht wegschmeißen. Egal. Also. Das kommt zurück. Das. 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 Diese Dinger hier waren, glaube ich. Auf jeden Fall fürs Digi Vice. Damit kann man noch einiges verbessern an seinem Digi Vice. So. Das geht wunderbar. Das packen wir mal weg. Die Kapsel, die kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich glaube, die gehört da hinten. Und dann können wir das nochmal wegpacken. Und das nochmal. Die Karten brauchen wir jetzt auch nicht. Das waren übrigens gerade Beschwerungskarten. So. Die Daten brauchen wir jetzt auch nicht hier. Kann weg. Und da haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Diesmal aber im Lager. Warte mal. Wann ist das anders? Ich glaube ja. Schade. Ich dachte, das könnte man so benutzen. Ähm. Auf jeden Fall. Was war die Frucht hier? Ja. Sitzt mal rein. So. Ist leicht größer geworden. Können wir nochmal machen. Ist wieder kleiner geworden. Und einmal geht noch. Wir brauchen eh Platz hier drinnen. Ja. Und jetzt bin ich mal wieder größer. Naja. Wenn es dann sein muss. Das. Und das hier. Macht unseren kleinen Magna angemoren. Manny klein. Ja. So einfach geht das. Und auf jeden Fall wollten wir scannen. Denn. Ach halt. Wir reden mit dem PC-G-Satine erstmal. Dann können wir beim Scannen gleich besser suchen. Und zwar. Warten wir. Was ist mit dem hier? War zum Scannen, wa? It's not. Scannen. Okay. Ist nicht zum Scannen, sagt er. Dann. Warten wir. Diese hier. Was ist. Also die Dinger sind jetzt auf dem Scanner. Aber ich denke. Ach ne. Das war Level 1. Das ist Level 2. Okay. Und dann gucken wir mal was da rauskommt. Weil. Scannable. Also. Scannen wir. Oh. Level 3 Dinger. Ich weiß echt nicht wieviel die gut sein sollen. Ich dachte nicht. Was. Obt. Da wir. Obt. 1. Majin. 3. Wo. Sie sind wir denn jetzt. So. Level 4 aber. Und. 2. 1. 1. 2. bei Magnamon Was passiert, wenn wir Höhen machen? Kommt Level 4, danach kommt Level 5 Ah, ich glaube, dafür kommen wir dann, äh Stimmt, diese Miracle Rings, die sind in Level 4, aber die Teile an sich sind in Level 5 So, jetzt machen wir die nochmal Zum Glück kostet das nichts, sonst wäre ich jetzt schon arm Scanner an sich kostet meistens eigentlich immer ein bisschen Geld So, und jetzt gucken wir mal Das geht auch nur noch höher Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was... Erstens, wie weit und zweitens, äh, wofür? Warte, was steht da? Okay, guck mal da Ähm... Ah, siehst du mal an, jetzt kommt da auch Digicore raus Das ist, äh, interessant, aber So, jetzt wollen wir mal gucken Wohin uns das noch führt Ah, vermerzen Oh nein, da ist da Das ist ja mal... Kann man das irgendwie trennen? Einen legen wir uns mal zur Seite Drei packen wir aus Und jetzt haben wir auch zwei Level 8 da Halt... Schießen wir mal schnell Davon lege ich mir auch nochmal eins zur Seite Weil ich will ja schon gerne wissen, was da rauskommt, ne? Beziehungsweise was wir dafür auch kriegen So, und... Uh, hier neun Alter Falter So, dann hat man ja noch diese Kameraden hier Okay, und die haben wir uns ja alles klar Mal gucken, ob die uns noch was anderes geben Beziehungsweise... Haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Vielleicht hast man das Hallo Ach, das kann man noch scannen Okay Oh, das kostet sogar Wow Dumme, hässliche Banner Na gut, was sonst Und dann würde ich sagen Vom Scannen her Was das? Wir könnten jetzt noch unsere... Das sind übrigens... Eier Womit man... Da steht's Hedgetable Daraus kann man Digimon machen Wenn man die so scannt, äh Kriegt man hier auch allen möglichen Zeugs zusammen So, wir suchen jetzt aber Wie ist das nochmal? Ähm... Warte, warte Wo steht's? Da, Magnamon So, der ist dort aber nicht Und wir wollten aber nochmal in die Kapsel reingucken Schießmann Ähm... Magnamon, Magnamon sagt nur Kann's sein, dass das Omegamon ist? Ähm, warte mal Kapsel Aha Müsste ja die jetzt wechseln Ähm... Äh... Oder auch nicht Achso, nein, halt, wir benutzen hier Diese Coins? Nein, wir benutzen Diese Coins Kapsel Coin Aber wozu ändern die Die? Hm... Currently Stats are all Achso, nee, das Stats resetten ist immer ganz schlecht Finde ich zumindest Ok, wir scannen die Dinge jetzt einfach mal Ah, da kommt auch nichts anderes raus Wie bei Eiern und so weiter, glaube ich Ähm... Ja, dann Und dann suchen wir Magnamon Beziehungsweise, ich glaube zu wissen, dass es Was ist das? You can teleport to a normal Instant Ok Scheint Teleport zu sein Und jetzt haben wir wieder so ein Teil gekriegt Mal gucken, was das rauskommt Nichts Ok Ok, dann Diese Dinger hier sind übrigens ganz gut So eine kleine EP-Spritzen Ähm... Dafür warte mal Damit, äh... Wechseln wir jetzt mal Und dann sag ich, ähm... Ähm... Ja So, äh... Es hat nicht für ein Level ausgereicht Aber ich glaube, da habe ich auch noch mal was auf dem Lager Das ist bevor wir... So... Da haben wir ja noch Was haben wir denn hier? Oh ja... 750... Bis 1800 EP Ah komm, die verballern wir jetzt mal Hier den Ex-Play für Tentemann Man seht hier, wie er auch noch ein bisschen höher kommt So, Level 6 hat er Also ein paar EP sind schon nötig, um aufzusteigen Es geht hier also nicht ganz so schnell Und... Und einen haben wir immer noch Der Besinn hat es jetzt auch Na gut So, hier haben wir wieder so eine Belohnung Ist doch schon wieder scannbar Ja... Aber was kostet denn da so viel? Das ist... Nicht mein Wille Aber ich werde natürlich wissen, was da drin ist Und dann gehen wir aber endlich zu... Oh ne... äh... Magnamon Warte mal... Magnamon? Der kann doch nicht... Omega-mon ist ein... Ach egal... Oh, was haben wir denn hier? Was kostet nochmal? Dann bin ich wirklich pleite Aber da darf sowas nicht rauskommen Was ist so ein... Scharmamon-Ziel? Genau, die Karten wollte ich euch ja auch noch zeigen Achso, da habe ich ja hier so einen Öffner nicht Aber die Karten... Die Karten hier sind ja Hier habe ich jetzt... äh... Ab 300 kriegt man hier halt ein Zusatznet Und zwar... Hunting-Formel-Adding-Death-Plus-20 Also die kriegt jedes Digimon oben drauf Und ich glaube es geht bis... 10.000 oder so hoch Die Karten die man so hin muss und alle paar 100 kriegt man halt einen Bonus Vielleicht waren es auch nur 1000 Karten, weil 10.000 ist glaube ich zu viel Okay... So, und das ist tatsächlich Omega-mon nicht... Magma-mon Jetzt bin ich schon wieder echt total aufgeschmissen Ah... NPC... Was haben wir hier? Pokémon... Wir haben... Magma-mon... Wo? Wo? Ähm... Kann man wie jemand... Wo? Der ist hier nicht... Da steht es Stand doch aber bei dem... Hier... Exchange to Miracle Ring... Bei NPC... Magna-mon... Das Center... Ich ähm... Magna-mon... 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 Ich... Ich muss das jetzt... Äh... Verdammt... Ich muss das jetzt mal nachgucken... Was... Was ist denn schon wieder Magna-mon? Ist das überhaupt richtig, was ich da suchen will? Ähm... Wo ist denn das jetzt schon wieder? Da... Magna... So, dann gucken wir mal... Magna-mon... Das ist doch hier gar nicht mehr... Das muss aus einem... Äh... Ich wusste, dass ich den Namen hatte... Das ist quasi die goldene Amor-Level-Digitation zu W-mon... Aber... Die steht hier doch nun so... Dann können wir die auch weiter scannen... Das muss aus dem früheren Event wahrscheinlich sein... Weil... Anders kann ich mir das nicht erklären... Aber... Dann holen wir uns hier lieber ein paar... Digi-Daten... Also hier so mal... Digi-Cores... Ähm... So... Wir hatten doch noch so ein Ding... Hier... So... Jetzt haben wir hier einige zusammengeklickt... Wir sortieren das ganz mal... Und... Denn... Es gibt hier unterschiedliche... Und zwar zu einem... Die, die man so im Spielverlauf kriegen kann... Und dann so eine... Die durch... Ähm... Events gekriegt werden können... Und so eine... Die man sich kaufen kann... Sie alle haben diese Bewirkungen... Aber... Naja... Gut... Und irgendwas war mir im Hinterkopf mit Digimon... Ähm... Ähm... Warte mal... Wir tauschen mal... Und zwar denn... Ach ne... Hier zur Seite klicken... Machen wir uns... Ach so... Da brauche ich... Was anderes... Wofür war denn? Ja... Ich weiß gerade echt nicht... Äh... Ja... Gut... So viel... Denn dazu... Also... Kein Event gelöst heute... Kein Nichts... So ein... Reguläres Let's Play... Werte ich daraus nicht machen... Es würde sich einfach zu sehr rausziehen... Allein durch die Laufgeschwindigkeit schon... Und... Deshalb... Verabschiede ich mich hier... Mit dem... Let's... Show... Test... Was auch immer... Let's... Zeig... Keine Ahnung... Wie ich es nennen soll... Ähm... Ja... Also... Bis dann... Ciao...